Was ist das denn? Oh, warte... Nein! Och! Nein! Hier wollte ich eigentlich gar nicht runter. Scheiße. Naja. Laufen tut gut. Kacke, ey. So, ganz schnell weiter hier. Da hab ich doch keinen Bock. Boah. Ey, Romo, ey. Das gibt's nicht. Ein schwules Auto. Die Straße entlang fahren am besten. Solange es noch geht. Oh, 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 oh. Meine Stimme. Die wird gleich zu Ende sein. Och, ne. Geil, ey. Das... Nein. Das Blöde ist, die Dinger kann man gar nicht kaputt machen. Fuck, ey. So, hoffentlich war's jetzt, ey. Och, kacke. Komm, ich speichere jetzt lieber. Wenn ich sterben sollte, okay, dann... Muss ich halt immer versuchen mit 19 Energie. Mal ganz schnell ins Haus rein. Oh, fuck. Keine gute Idee. Okay. Überhaupt keine gute Idee. Scheiße. Okay. Ich brauche Leben. Jetzt mal ein bisschen ruhig. Was? Leben, komm, 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 komm. Boah. Boah. Auch nochmal Leben einsacken. Leben einsacken. Und jetzt muss ich... Was muss ich jetzt machen? Warte mal. Ich geh mal nach oben. Langweilig. Warte mal. Was muss ich jetzt machen? Oder einfach durchfahren? Das könnte natürlich auch sein. Einfach mal ausprobieren. Boah, meine Stimme, ey. Ich will jetzt kein Gameplay hier ausmachen. Ich will jetzt kein Gameplay hier ausmachen. Oh, das gibt's nicht, ey. Weiter geht's. Volle Kanne. Ein bisschen Öde hier gemacht, finde ich. Hätten sie ein bisschen schöner waren können. Ah gut, wir wissen ja. Wie das so ist hier. Besser mal aussteigen. Mal gucken, was ich machen muss. Oh, ne. Oh, ficken. Nein. Ich muss... Ja, okay. Ich muss da Batterien... ...einfügen. Oh, scheiße, ey. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Da ist schon mal einer. Ist schon mal gut. Komm, verschwindet, ey. Willst du Ärger oder was, ey? Weck, 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 weck. Irgendwo mal hin. Oh. Weißt du was? Boah. Einmal. Zack. Weck. Und dich auch. Und ich auch. So, und jetzt kann ich mich... Run! Tschüss. Das ist noch einer. Auch weg. Weg. So, und jetzt die eine Batterie holen. Die ja hier ist. So, und die mitnehmen. Und halt... dort hineinstellen. So, und wo ist die andere? Das Spiel habe ich schon lange nicht mehr gespielt, habe ich ja gesagt. Alles mal erkunden. Und tschüss. Platsch. Ähm. Da ist ja irgendwas drin, oder nicht? Nee, noch nicht. Okay. Also da auch nicht. Irgendwo in so einem Schrotthaufen vielleicht hier. Versteckt. Aber, nee. Ähm. Mal schauen. Oh. Da oben. Bin ich grad ein bisschen überrascht. Aber ich weiß echt nicht, wo das ist hier. In welchem Auto? Oh. Falsch. Da muss ich nochmal im Haus schauen. Vielleicht liegt hier irgendwo was. Oh, jo. Ich glaub, ich hätte hier lange suchen können. Sehr schön. Und jetzt muss ich... Irgendwie hier durchkommen, ey. Aber frag mich nicht. Mal hier rüberfahren. Jupp. Klappt doch. Und ab wieder in einem Tunnel. Und ich hoffe immer, dass der... so bleibt. So schön. Und nicht irgendwie jetzt wieder mit Zombies. Hm. Laden. Am besten ich red gleich gar nicht mehr, ey. Fuck. Ich hör mich jetzt schon so an wie so ein... Äh... Naja. Dazu sag ich jetzt nichts. Das behalte ich mal lieber für mich. Weiter geht's. Oh, Licht. Ach, warte mal. Ach, im Gefängnis. Genau. Muss ich hin. Ach, hier ist wieder eine... eine Haltestation. Oh, jo, ey. Oh, jo, ey. Okay, doch. Es geht noch zu Fuß weiter. Es gibt einen Geheimweg, die steigt. Doch niemand kann...